Hier haben wir auf dem Pool Deck Hier hat man ein richtig schöner Kurs Hinten haben wir ein Oben ist noch ein Samenweg Da ist auch ein Windschall Hier hinten kann man ein bisschen spielen Und hier haben wir gleich eine Bahn Wo man sich das auch ein bisschen freuen kann Das ist einfach traumhaft schön Und richtig Wohlfühl am Amtes werden Ich bin der Hubert Ich führe euch jetzt über das ganze Deck Wir schauen jetzt mal verschiedene Sachen an Und wenn ihr mehr sehen wollt Einfach unten auf Gefällt mir drücken Und dann seht ihr die weiteren Videos auf Bis gleich, Ciao!